Guten Abend, dann gebe ich zunächst einmal die Frage zu diesem Handspiel weiter. Wie haben Sie diese Szene gesehen? Wie bewerten Sie diese Aktion von Erik Martel? Dass ich sie genauso weit weg gesehen habe wie mein Kollege. Und wenn ich sie dann gesehen habe und dann wirklich gesehen habe, dann können Sie mich gerne nochmal fragen. Dann wirst du mir Recht geben. Wie bitte? Dann wirst du mir Recht geben. Ich behalte trotzdem die Punkte. Danke. Dein gutes Recht.